Musik Und zwar wagen wir es heute und spielen mal Overwatch Leute, ich bin nicht der beste Overwatch-Spieler, ich spiele das sehr, sehr, ultra selten, spiele ich dieses Spiel. Nehmt es mir nicht über, wenn ich jetzt der Schlechteste bin und so, also ich sage es einfach jetzt schon mal, ich bin einfach, ich bin jetzt einfach schlecht. Monster ist auch am Start, oh yeah man, lecker, lecker, lecker. Wir starten sofort, nehmt euch was zu trinken, gönnt euch erstmal noch was, bevor wir loslegen und dann spielen wir 1-2 Stunden lang. Overwatch, weil ich bezüglich würde den Haar, den Hamster hier nehmen, der Junge kann abfeuern, guck mal, ich bin ein Hamster-Ball, einfach. Babababababab, den kann man wirklich bitten competitive spielen. Kann man, kann ich irgendwie schon mal meine Muni aufladen? Ach, mit 4 kann ich meine Muni dann direkt aufladen, wieder okay. Hä? Wow, 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 stopp, stopp, stopp. Kollege, Kollege, ruhig. Hey, yo, Ligger. Alter. Leute, ich muss kurz meine Fernbedienung suchen, weil der Fernseher wird gleich ausgehen. Und ich, Idiot, nicht weiß. So, ich hab die gefunden und, ey, bin ich aus dem Match rausgeflogen? Yo. Warum schreibt mir das niemand? Ich suche hier gerade die Fernbedienung und dann werde ich einfach aus dem Match rausgeschmissen. Es ist so awesome, warm, Leute. Es ist bei euch auch immer so warm. Also, bei mir sind es immer gefühlt, boah, ja, komm, alter, 34 Grad ist es gerade. 34 Grad. Ich fresse einen Besen quer. Ach, hat das mehr schon die ganze Zeit begonnen? Oh mein Gott. Danke, Mann. Egal, wenn ich gerade geholfen habe, wenn man gerade geholfen hat. Das Spiel beginnt die ganze Zeit. Ich dachte, dass wir irgendwie noch so eine kleine Aufwärmrunde oder so. Komm, wir nehmen wieder den Hamster. Da haben wir das geil, Alter. Ich weiß nicht, warum der Hamster ist einfach geil, Mann. Leute, was los mit euch? Alle nicht motiviert auf dem Overwatch-Stream oder was? Das habt ihr euch doch gewünscht, dass ich mal Overwatch spiele und da habt ihr es jetzt? Nee. Spielfahrt, er war entweder du sagst mit deinen Namen oder keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Leute, let's go, Bart. Hier, kleinen Sieb, alle weg. Da, 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 da. Hier, hier, amst du, Junge. Ach, hier ist noch jemand, ne? Na, du, kleiner, jetzt. Die Amster da oben, hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was glaubst du mir den Kehl, Mann? Das wär... Mann, ey, ey, das wär doch mein Kehl gewesen. Ich hab ihn noch so geschwächt. Nee, also sch... Wow, 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 wow. Kollege, Kollege, Kollege. Ruhig, Kollege. Soll er kommen? Soll er kommen? Hö? Lade, hab ich jemanden gekillt? Ja, nice. Bitte spielverderber, sag mir bitte, wer du hast, wie du heißt. Ja, wie kann ich den Teleporter nehmen? Ach so, okay. So, nichts Böses. Nichts Böses, sicher? Ich hab irgendwie das Gefühl, ich hab... Hab ich dir irgendwas getan? Weil ich hab irgendwie... Ich hab irgendwie das Gefühl, ich hab dir irgendwas getan und deswegen bis jetzt auf einmal hier. Wow, 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 cool. Was ist das? Mann! Auch geh mal weg mit dieser Killcam, Alter. Wo? Ich hab irgendwie das Gefühl, dieser Crowpro 14 hat was gegen mich. Alter, what the fuck. Boah, junger Oberwurtsch ist ja voll schwierig. leute wir wechseln mal den charakter ich nehme jetzt mal diesen ning auch hier oder so wie kann man schneller laufen nein alter das ist nicht dein ernst doch die ist nicht dein er ja komm weiter das ehrlich hat wir waren gerade so gut mit diesen hamster das können wir auch weiterhin sein was warum niederlage wo warum niederlage vor leute ich habe balkon offen und auf einmal ist leiste flasche da wen soll ich mal ausprobieren ich habe irgendwie das gefühl der ist gut oh mein gott da kann sich teleportieren okay wir nehmen mal zum brot man kann die hat eine waffe okay leute ich spiele mal zum brot wir gucken was ich alles kann wir gucken was sie kann spielst du schon länger aber auf kostet ja ein bisschen ein bisschen ja ja ich weiß nicht was lange ist ja keine ahnung also ich habe das spiel seit kurzem wieder als angefangen ich check das gar nicht man man kann alles hacken ja dann hackt doch alle leite was bringt das bringt das bringt der ultime vier hätte der charakter ist ja richtig gut hat er mit ich bin auch jetzt mal gestorben ja nichts sei da die gegner die kacke da ja wollen man junge ja was wird er mich gekillt warum werde ich so schnell gekillt aber erst wenn ich wieder anfangen zu schießen oder was diese 8 ohne witz diese milli 024 hat ja zwar richtig auf mich abgesehen wir sind ein prozent fehlt uns noch das kann ich sein dass wir jetzt verlieren hier und immer leuchtet doch jetzt mal diesen scheiß und man jetzt verreckt endlich jawoll na stop 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 hamster ja ist nicht euer ernst ey wir hatten ein prozent noch flipper ist toller als flemmelie auch mensch nicht morgen nicht sowas sagen was ist los man von den feuer pokémon finde ich die hamster jungen regt mich dieser hamster auf ey quajutsu ist das beste könnte sagen was wir doch eine seine frage wurde beantwortet leute werden auch nicht geliked hat dann liked mal hier und werden ja jungen jetzt läufst du weg was jetzt läufst du weg ne diese ey ohne witz diese milli 024 die ich raste gleich aus bei der alter ich raste gleich aus was will diese olle von mir die ganze zeit ne ich meine die wo ich nicht verstehe dass der kinder so schreckhaft ne ich mein warum bin ich warum bin ich schreckhaft ach wow es geht weiter das spiel lol ähm warum bin ich schreckhaft best of ich bin noch nicht schreckhaft hä aber ich kann jeder kann noch ich kann mir jetzt auch ein zigzag auf level 100 machen und ich bin noch nicht direkt hobbylos als oft wieder niederlage okay das ist nicht hobbylos wenn du bock auf das spiel das spiel zu sein also was ist ein channel auf youtube der killer ist doch ich bin der killer sacker kannst ja gerne mal vorbeischauen wenn du willst ja aber ich bei einigen stellen zum beispiel da habe oder keine ahnung auf einmal kommt ein waschbär oder so also solche momente halt da erschreckt sich eigentlich fast jeder also kannst du mir sagen was du möchtest aber nur weil ich mich paar mal erschrocken als ich dass ich schreckhaft bin oder so also das nicht aber ohne witz diese eine die ich jetzt gerade habe die ganze zeit die ist eigentlich voll heftig jetzt glaubt dass jemand erstmal mein main character es ist 34 grad alter was ist los mit hannover ich habe gleich keine lust mehr aber auch spiele ich eigentlich nur weil sich das einige hier gewünscht haben also gleich habe ich keine lust mehr auf overwatch wenn mir grad die anderen all auf die eier gehen ja nie magst du kein anime spielverderber anime ist eigentlich anime ist besser mit pokémon testament of sister new devil ist toll ok kenne ich nicht Junge hey wie sollb ich jetzt schaden kassiert ich war nicht mal in der nähe von diesem gegner ey dieser hamster alter regt mich nicht auf hamster ganz ehrlich regt mich nicht auf alter wer knallt mich hier ab wow wow wo kommt dieser roboter auf einmal her hat er gefahren hat er da gekämpft und Andy du schaust wie marke ja also marke ist wirklich ein youtuber der nicht feierre und hört auf zu schießen man du hässlicher hamster jungen i hate you kevin ey jetzt war jetzt war real talk was ist das jetzt kann es ja nur noch besser werden oh komm charakter sag mal ruhig alter oh wer hat den doppelklick gemacht den liebe ich alter jeden samstag neue folge oh alter hey spielverderber willst du uns nicht allen was sagen du guckst hentai was wo ist wieder so ein hamster kappa ja klar jetzt auf einmal hashtag kappa ja 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 klar wer kehrt mich schon wieder so schnell ich habe keinen bock mehr hey als ob schon wieder nie sagen wo warum wo sieht man auf er verliert oder gewinnt ibeams ioda ioda hentai und so was habt ihr mit hentai jetzt ohne witz findet ihr hentai geil oder du sein joda ich bin joda ja aber was warum hentai leute das hentai ist hat warum hentai auf diesem chat gerade hentai sind echt toll besser als normale animes oh leute jaja jojo alter dieser hamster regt mich auf ei kann da haben wir nicht wieder rausgenommen werden aus dem spiel eh da ne komm alter kannst du mal was spielen was ich auch kenne hä als ob du kein overwatch kennst jeder muss overwatch kennen overwatch spielt fast wird voll oft gestreamt auf twitch und so also als ob du nicht overwatch kennst das ist schon peinlich du etwa nach mir ey wir müssen langsam mal übernehmen jetzt hab nur ne ten ods ich nicht habe eine switch ja ich habe leute wenn ihr wüsstet was ich alles in mein zimmer habe oh ihr würdet ihr würdet ihr würdet oh mein gott wir übernehmen gerade oh mein gott jetzt leute jetzt 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 müssen wir reinhauen ey wir wollen langsam auch meinen sieg haben ne ey dieser hamster fiel zu op ne ganz ehrlich alter ganz ehrlich jetzt rast nicht aus nein vorstellungskraft jetzt nämlich auch den hamster mir egal alter sollen die kommen es nicht deren ernst es ist nicht deren ernst ich bin schon knapp eine komplette woche alleine zu hause das ist chillig jetzt reicht mir jetzt spiele ich den hamster alter ist mir egal jawoll jawoll komplette hamsterarmee haben wir jetzt das beste das beste das machen die gegner da oder warte ist es nicht deren ernst man und dann kommen die jetzt einfach einmal ich habe ich habe es gibt auch leute jetzt war jetzt mal ohne witz da was soll man machen wenn diese kleinen bis köpfe die ganze zeit da krisen so farg ist der beste anime als ob als ob so park jetzt ein anime ist kommt verarscht mich mal nicht irgendwo ist eigentlich nein immer meine freundes anfrage ich spiel verderber jetzt war jetzt mal real talk ich kann doch nicht so viele das ist doch nicht möglich mann wo kommt der jetzt schon wieder hermann also ich mein team braucht nicht ja dein team braucht dich dann spiel doch richtig mann erleuchtet so dass ich ausraste hier aber das bei diesem spiel kann man ausrasten so da oben nervt man sich ne voll die geile aktion hier oben alter die sie so gewinnen wir noch unterdrückungsfeuer unterdrückungsfeuer nein nein ich hatte ulti habe ich die noch mein gott jawohl jetzt jetzt reicht es mir jetzt rastet sie aus komm 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 flieben nochmal schnell gas da drüben nein oh double kill junge und ja kommt wir verlieren save k ich habe noch fünf hp man gar nicht gecheckt das vor mir ein gegner ist leute ich lerne noch was soll ich da machen wieso gibt es nicht wie bei fordner dass man so ein gegner anvisieren kann zack kicke john gillis ja moin was geht john griff du bist neulich hier oder oder war es doch mal in anderen spieler weil ein prozess doch dann habe ich die ulti man oh gott ich habe die ulti jetzt reicht es mir leute wer will dass ich die ulti droppe wer will ich mache ich mache ich mache ich habe keine lust mehr auf alles jetzt bin ich gerade im ausrast modus sagt gekillt man jetzt reicht's mir kommt doch alle da kommen wir ersten hier also fast wir gewinnen ja nicht jawoll man jawoll das ist mir egal wir haben aber jetzt ein punkt ergattert leute das reißen wir noch weiter das reißen wir noch weiter ich komme mit der character hier ganz sehr sehr gut klar das ist perfekt sagt eliminiert habe ich einen wo auch was soll das wieder im einsatz immer diese typen auch den einnerven ich habe also ich habe ich kann sie ich droppe gleich jederzeit wenn ich sehe dass irgendjemand mehr auf die eier geht dann komme ich das ist eure gerechte strafe leistungssuch aktiv double kill ja man unterdrücken leute wir gewinnen noch guckt doch mal wir übernehmen gerade sehr gut was ich bin runtergefallen man kann runterfallen leute wir schaffen es noch leute schreibt jetzt mal bitte in den chat auf ihr glaubt dass wir noch gewinnen was die gegner wieder übernommen hey leute geht doch den einen typen da bitte ja oh mein gott das ist eure gerechte strafe nein leute wir haben es gleich geschafft kommt nein wahrscheinlich nicht haben wir gewonnen ja leute die die sieg easy richtig am ölen gerade hier aber egal so ich starte mal ein weiteres spiel arcade also das macht grad also aber ich mach grad voll bock ankunft am wald die eichenwalde die eichenwalde jawohl leute leute ich roch grad ab ey das ist ja mega hammer geil nicht nein ich hab ulti verschwendet ich hab ernsthaft die ulti verschwendet ich hab ernsthaft die ulti verschwendet das ist eure gerechte strafe das ist eure gerechte strafe das ist eure gerechte strafe Ha! Dachtest du du wärst sicher? Oh ich hab ihn nicht gekillt. Oh wow. Ich hasse es jedes mal wenn jemand aus einer Seite kommt und mich gekillt. Ich hasse es einfach. Jawoll! Mua! Gönn und Pua wir haben den Sieg geschafft. Jawoll! Gefährliches Verlassen. Easy. Ich will auch nicht weiter reden. Um 18 Uhr oder 19 Uhr wird noch ein Stream. Na 18 Uhr bin ich irgendwie dumm, Alter. Um 20 Uhr wird wahrscheinlich noch ein Stream kommen. Ich habe die Aufmerksamkeit in der Mitte von der Verteidigung. Deine Musik. Die Verteidigung. Die Verteidigung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017